hallo und willkommen zu einer neuen folge eb und ob mit dabei die tau-tropfen-lp ok das kann man sagen oder auch nicht ups oh ich bin in der luftblase so überlege und dann hast du den ok und ich mache du kannst auf jeden fall den kaputt machen und den nehmen nach den kaputt machen und den nehmen ich glaube der sinn ist es genau weil da kann man wieder zurück du springst wahrscheinlich hier drauf ich springe auf dich drauf oder springst du ich springe da bin ich rüber und du kannst easy einfach wieder so kann ich nicht weil ich den von da aus nicht erwisch ich bin auch ganz sicher so zurück kannst du auch nicht kurz überlegen ach doch schaffst du doch was ist denn da ich glaube da ist extra bunte genau so kriegst du das die luftblase nutzen und jetzt nein verdammt na boah ist das eklig na das geht nicht egal wie eklig bist du ok Ich glaube, du musst fahr. Oh, haha. Alter. Oh. So, ich glaube, du musst mich bewussten. Genau. So, so. Und jetzt? Einfach geradeaus. Okay, warte. Leck mich hoch. Ähm. Hm. Hilf mir mal hier hoch. Da kommst du, glaube ich, auch so hoch. Aber, ach so, ja, ja, du könntest. Das wird wieder knifflig. Ich könnte dich hier hoch boosten. Kommst du nicht? Da komm ich nicht. Ich weiß was. Wo ist du mich? Also geh mal hier runter. Und jetzt spring. Und ich spring. So, und jetzt kommst du zu mir. Warte. So. Oder von hier aus. Besser. Ja. Dann. Wupp. Ach, nee. Wupp. Wupp. Und dann? Warte. Wolltest du mich hier boosten. Genau. Das sind intelligente Menschen. Und jetzt ist die Frage, wie du da oben hinkommst. Ah, okay. Ah. Äh. Ah. Nein. Das. Nee, du hättest kommen müssen. Ja, ich. Na. Oh, toll. Das ist die gleiche Scheiße nochmal. So. So. So, jetzt kurz überlegen. Ah, warte. Ah, ich soll einfach rüberkommen. Nee, warte. Dann. Nee, du. Also ich muss dich da irgendwie rüber boosten. Alter. Oder wir lassen den aus. Wir lassen den einfach erstmal aus. Ich booste. Gut, dann. Wow. Gut, dann sterbe ich mal eine Runde. Warte, fuck. Steuern nach. Einfach. Warte mal. Aber schubst mich doch nicht runter, böse Kuh. Du hast mich als Kuh bezeichnet, Lothman? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Boah, was für ein Arschwuch du bist. Das war nur Spaß. Nee, geht nicht. Das war Spaß. Müssen wir jetzt erstmal nach da springen? Sammel auf. Den Rest lassen wir einfach aus. Okay. Was war denn das für ein Geräusch? Das war mein Xbox-Controller, der vibriert irgendwie. Ein was? Xbox-Controller, ich schließe das mal ab. Weil das Spiel kann man mit Xbox-Controller spielen, aber ich spiele das gerade mit der Struktur. Und die Vibration. Ich weiß nicht, wenn ich hier oben bin, was? Ich muss da hinkommen, dann kommen wir in eine andere Welt, aber ich komme hier nicht mehr hoch. Soll ich dir helfen? Weil ich habe es verkacken, verkackt. Oh, warte mal. So, nee, nee. Das müssen wir eh beide. Wo? Teleport. Wer sieht gruselig aus? Musik hört sich auch gruselig an. Achso, das war... Achso, die Platten waren natt. Okay, äh... Mathe, ich kann dir doch einfach hier hochwerfen. Achso, das war... Achso, jetzt weiß ich, was das war. Äh, da gehen wir hier. Achso. Ding da oben. Da können wir wieder zurück, aber wir sollen ja diesen Punkt da... Ja, aber... Mach mal easy. Ich weiß wie. Da... Siehst du ja diese Ballons? Ja, ja. Da muss ich jetzt... Muss ich einer hier hochpusten? Mach ich wahrscheinlich. Ah, warte. Ich weiß wie. Warte, nochmal. Verkackt. Warte. Okay, da wird die Sprungkraft 1 zu 1 übertragen, ne? Ja. Ah, ich springe nicht weiter, okay. Also, am sinnvollsten wäre, wenn du von hier unten auf das hier rauf springst. Das heißt, du gehst jetzt erst mal hier so lang und dann springst du hier rauf. Hm. Wollte halt, ne? So hast du das gedacht, oder? Ja, aber anscheinend ist es zu kurz. Aber wahrscheinlich... Komm mal bitte rüber. Vielleicht müssen wir auch irgendwie... Du springst, ne? Oder du versuchst den hier, dann den hier und dann machst du wieder den hier. Spring da rauf. Nein, nein, nein. Ich hab mal eine Idee. Maus ist irgendwie schnell. Du springst, ich springe hier hoch. In dem Moment, wo ich hier bin, so rennst du sofort hier rüber. Ja, weil das bringt mir nix. Okay, du musst so rum, ne? Ja, muss ich. Das ist blöd. Blöd, blöd. Machen wir nochmal. Ja, falle ich so schnell. Mache von hier aus, mich boosten. Dann hast du einen kürzeren Weg. Genau. Ich glaube, das Level ist zu kompliziert für uns. Warte, ich hab ne Idee. Vielleicht kann ich mich irgendwie länger da oben halten. Weil ich nicht direkt in der Mitte bin. Siehst du? Das wäre jetzt fast geschafft. Ich denke, du musst zurück zu dem da. Also du musst einmal hier, dann da, dann wieder da. Okay, okay. Das könnte auch sein. Mal testen. Okay. Warte, ich baue mal hier so ein bisschen mehr Energie auf. Denkst du, ich krieg den jetzt? Nein. Okay, es war aber von Ansatz her nicht schlecht. Ich glaub... Ich überlege gerade. Ich glaub, das ist so, wenn ich das mache. Heilig zu sein, es ist mir zu knifflig. Und hier oben ist noch ein Dings. Genau. Ich glaub, ich muss da... Ich muss da rein. Oh. Okay. Ja, das hab ich jetzt gerade erst gesehen. Komm, mach Booster. Wieder. Das war jetzt ziemlich knapp. Das war jetzt so wenig Schwung. Nein. Warum? Und wenn du wieder... Wenn du wieder auf die Plattform kommst, musst du ganz nach oben. Oh, das wird knapp. Oh. Verkackt. Ja, ich hab vorhin geschafft. Ich darf nicht so hochkommen. Ja, erst am Ende darfst du hoch. Also wenn du in der warst, musst du hier hoch, dann da und dann da. Ja. So, ist das verkackt. Boah, ekelhaft. Na, ich frag mich. Warte, warte. Was passiert danach? Ich muss... Ich muss dir den Boost von da darauf geben, dann springst du hier hoch und versuchst hier hinzuspringen. Okay. Knifflig, knifflig. Gemeine ist, das Spiel verlangt so... Das ist ein sehr logisches Denken. Nein. Sehr logisches Denken und Jump-and-Run-Fähigkeiten. Das ist schwer. Ein logisches Denken bin ich eigentlich gut, aber Jump-and-Run. Ja, ich hab gedacht, du schaffst das. Aber erstmal so kürzer den Weg machen, so. Na, kann sein, dass das so ein bisschen zu hoch ist. Nice. Obwohl, das war nicht schlecht, ne? Wahrscheinlich muss ich dann, wenn du den Schwung hast, aber darauf springst du... Muss ich nochmal da rein. Da muss ich schnell da drauf. Weißt du, musst du nochmal da rein? Ich glaub, ich... Ich hab keinen Bock da drauf, ganz ehrlich. Okay. Ich glaub, da hätte ich hier drauf gemusst und du dann auch direkt hier drauf und dann hätte es gepasst, weil ich hätte dann die zusätzliche Höhe... Und der Schwung hätte dann ausgereicht. Aber du magst nicht mehr. Ne, ne, ich bin zu müde dafür. Okay. Vielleicht merken wir, ja? So, dann machen wir mal so am Ende so ein Bonus-Ding und... Sag ich mal, am Ende des Let's Plays. Das war einfach dann... Einfach dann die Bonus-Level fertig machen. What the fuck? Da kommt einfach so ein Vieh. Oha! Da ging es so früh. Ah, da sterb ich auch. Ähm... Konzentration? Was? Warum hüpft du so scheiße? Wer ich? Oder der? Nein, das ist Vieh. Erst musst du vorbei. Ja, geht nur schlecht, weil man nicht unten durchkommt. Dann lass mich zuerst. Das heißt, man muss drüber hüpfen. Ah, kackt, der ist wirklich scheiße am hüpfen. Boah, der ist wirklich kacke am hüpfen. Richtig fies. Was? Ja, man muss von hier aus hüpfen. Wow. Du hast mich blockiert. Was auch. Weißt du was? Ich geh gleich auf dich rauf. Gehst du auf mich drauf? Oder ich geh auf dich drauf? Ja. Mach für mich die Arbeit. Geh. Geh, geh, geh. Ja. Toll. Toll. Ich hab doch gemacht. Aber was was ist? Das ist ja scheiße. Wie soll man das machen? Lass dich doch. Nein. Ich will nicht sterben. Hey, wie soll man das machen? Ach so. Ach so. Da war ja hier so ein Dingesteil. Da kann man drauf gehen. Und dann wupp. Und dann wupp. Ja, boah. Was soll der andere machen? Einfach die ganze Zeit hin und her rennen. Was soll der andere machen? Ist doch scheiße. Ich will hoch, geh runter von mir. Arschloch. Sorry. Ich rette dich. Leck mich am Arsch. Ich weiß nicht, wie ich das gerade überlebt habe. Nein. Wow. Scheiß Mist. Wie? Komm, komm auf mich drauf. Du bist so scheiße. Ja, du hast noch zu lange gebraucht, um mich da auf mich drauf zu gehen. Okay. Du bist so scheiße. Okay, geh ich auf dich drauf. Ich geh da hin. In dem Gepäck. Den schaffst du nicht, sag ich doch. Ja, du hättest schneller sein müssen. Ich. Nur wenn du scheiße bist, muss ich schneller sein. Jaja. Okay. Alter. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, Alter. Oh, fick mich jetzt. Lass, warte, warte, warte. 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 Kommt man hier nicht durch? Da. Ja. Stopp. Ja. Ich will gleich gleich stehen bleiben. Ficke dein Leben, Junge. Alter, nein. Ich geh da nicht durch Okay, wir gehen erst mal weiter hier hin Ich geh da nicht durch Komm, 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 komm Nein Ich geh da nicht durch Das kannst du knicken Das Ding bewegt sich Also wir müssen beide hier drauf Ich muss dich hier rüber boosten Kann ich auch alleine, wenn du da unten bist Ich trau mich da nicht durch Das kannst du knicken Ich geh da nicht durch Ich kann ja nicht drunter laufen Leck dein Leben Du scheiß kotzt Dricksvieh Mach jetzt so auf Mach ich das Bleib oben Okay, ich bleib da Jetzt geh, geh Mein Gott, was willst du machen Du bist dumm Du bist richtig doof Du sprichst jetzt mal runter Geh runter So, jetzt guck, was ich tue Ja, okay Ich spring rüber Und das machst du jetzt Mach Über das Viech musst du springen, ja Ganz einfach so Erstmal Weglocken Wow Fick dich, du Dreckskacke Warum begeistert mich, dass ich doof bin Weil du doof bist Weil du doof bist Ich bin nicht doof Doch Manchmal nur geistig zurückgeblieben Sag ich doch doof Nein Doch Doof und geistig zurückgeblieben ist das gleiche Nein Außerdem hast du mich als Kuh bezeichnet Ja Darf ich nicht Darf du nicht, richtig Weil ich keine Kuh bin Du darfst ja am Anfang nicht so viel Zeit lassen Ja Jetzt Easy Oh Gott Nein Punter Die Punter Wow Das ist geil Und dann schiebt er es auf den Leck Ja, ja Ja, ja Ja, ja Geh mal da drauf Es ist eh egal Oder so Wow Perfekt abgetimt Ja, genau Ich geh auf das untere Das kannst du knicken Okay, ich halt aufs obere Warte doch Lass auch springen Warum rückt das bei mir plötzlich Du fick dich Dreckskackvieh Ernst Warte, warte Ich bin mir beinahe runter Durchgekommen Wieso springst du nicht Wieso springst du nicht Machen wir mal so Machen wir mal so Ich wo Leck mich Du gehst hoch Warte Ich glaub So, jetzt bin ich Wesenstens in Sicherheit Glaube ich Dein Ich glaube Glaubst du Ich glaub Du musst Was Wie soll ich jetzt hochkommen Keine Ahnung Wie soll ich hier hochkommen Achso, warte Easy Willst du die Punte haben Nee Geh da nicht runter Okay Party? Nein Ich hab gedacht Das ist das Ende Das Ende Wow Ja, wie soll ich jetzt hochkommen? Die Kamera ist die ganze Zeit bei mir Wir müssen gleichzeitig hoch Also siehst du nur meine Sicht? Ich seh nur dich Das ist ja voll kacke Warte, das ist doch große Das ist ja kleine Drei Zwo Eins Nein Wenn ich es nicht schaffe Kannst du gleich runtergehen Ja Ja Dann mach nicht weiter Ich wollte den Weg nur auswendig lernen Alter Ist das Hallo Das ist schwer Das abzubrechen Ja Ich will runter Ja Dann musst du aufhören Die Leertaste zu drücken Wenn du runter willst Ich drücke ja gar nicht die Leertaste Wie gehst du dann hoch? Einfach Einmal Leertaste Und dann Lass ich los Das war ich nur weh Und dann Ja Ja Okay Ich geh runter Schon Tent Bahn Drei Oder Eins Nein Nein Das habe ich verkackt Einfach so mittig wie möglich Vor der Luftblase Sein Ich verstehe es nicht Sollen wir Seiten wechseln Das klappt Klappt das irgendwie besser Okay Ich glaube die rechte Seite ist anspruchsvoller Ich direkt verkackt habe Obwohl du es schon einmal geschafft hast Aber gut Ja okay Das weiß ich wie Drei Zwo Eins Okay Ich weiß wie Warte fuck Ich komme an die oberen nicht ran Drei Zwo Eins Übrigens Guck mal auf die Uhrzeit Ja Hallo Was hast du das geschafft Ja ich weiß nicht Ich will gerade den Level beenden Du bist so doof Oh Mann Gut dann beenden wir jetzt die Folge Tschüss Und jetzt wird er in der nächsten Folge wieder schaffen Bis dahin Tschau Tschüss